Ah, der ist stark. Ich sag, der Fett ist stark. Egal, was noch passiert. Ah, ist der stark. Ist der stark. Da gibt es nicht. Der führt ja jetzt das komplette Rennen an. Zieh ihn an, juhu. Bring ihn in den Rennen rein, Mädchen. Bring ihn rein. Bring ihn rein. Ja, ich sag, der Fett ist ein, juhu. Für most of us, Nosebleed Seats at the Kentucky Derby is likely the closest we'll ever get to owning a thoroughbred racehorse, let alone a championship stallion. In the U.S. and around the world, horse racing is big business, and it requires deep pockets. Breeding fees alone can set owners back a couple hundred thousand dollars. But what if there was a way to buy and sell horses at a fraction of the cost? The catch? It's a digital horse that lives in the metaverse. Think Tamagotchi meets Churchill Downs. Enter Zedrun, an online game startup that lets people buy, breed and race digitally collectible horses, all using NFTs through an Ethereum-based platform. Material vollzählig angetreten? Alles klar, Chef. Gut, ich bin auch so weit. Fangen wir an. Unsere Inspiration wie immer. Musik. Ja, ich glaube, das fährt. Er hat da auf OpenSea den Marktplatz, den Marktplatz, den Marktplatz gekauft. Und wir haben hier eine Stute. Näheres zu den Beschreibungen der einzelnen Pferde. Auch in meinen Videos. Ich verlinke oben im Video auch mal die einzelnen Stationen des Videos. Oder wo man auch sehen kann, wie ich mir dieses Pferd ausgesucht habe. Nach welchen Kriterien. Und man sieht hier zum Beispiel dieses Pferd hat jetzt zwei Rennen absolviert. Einmal über 2.000 Meter, einmal über 2.200 Meter. Und man sieht dann auch hier die einzelnen Ergebnisse. Hier sieht man auch schon, wo ich angemeldet bin jetzt. Jawohl. Das ist immer auf Deutsch gestellt. Also nicht wundern, die Namen sind dann natürlich auf Deutsch. Wenn man auch Prusik an, super geil. Ja, Freunde, mein erstes Rennen. Absolut geil. Ich freue mich sehr auf der Bahn 1. Immer wie Rainbow Bubbles. ASK Kaiser Stables. Oh, und schauen wir mal, wie er sich schlägt. Kein Problem. Ich glaube, dass ich auf 1.6 Rennen gehen muss mit ihm. Schauen wir mal. Okay, er ist noch nicht startet. Komm, komm. Oh, übernimmt schon direkt vorne mit in den Platzierungen. Platz 2 momentan. Gutes Rennen bis jetzt aus meiner Sicht. Ich habe jetzt einige Rennen angeguckt. Schönes Rennen. Gutes Rennen von ihm. Im Mittelfeld soll er bleiben. Schöne Mittelfeld bleiben. Schöne Mittelfeld bleiben. Jetzt zieht er mal langsam an. Schöne Mittelfeld bleiben. Langes Rennen, lange Distanz. Nicht zu viel Power geben. Er zieht immer wieder mal an. Ich sage ja, das ist ein Pferd von kurzer Distanz. Mal gucken, wie er sich schlägt jetzt über die Länge. Wieder auf Platz 1. Er ist immer vorne, der Gute. Nicht mal. Autokamera an. Oben auf der Bahn, links. Immer wie Rainbow Bubbles. Mein erstes NFT-Fil. Oh, er zieht aber auch an. Er leckt mich an. Arsch, geht der durch die Deckel schon. Ist zu früh. Er wird den nicht schaffen. Wird den nicht schaffen. Guck dir den an. Das ist ja schon eine Pferdelänge. Oh, der ist ja schon. Na gut her. Okay. Gut. Ja, schon. Also, wenn du den nicht schlägt. Ja, schon. Da ist ja schon. Wie곽بي. Ja. Ja. Du bist. Ja. Da ist ja auch. Du bist. Ja. Ja. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären, etwas sehr Merkwürdiges. Boah, der ist stark, ich sag der Fett ist stark, egal was noch passiert. Boah, ist der stark, ist der stark, das gibt es nicht. Der führt ja jetzt das komplette Rennen an. Zieh ihn an, Junge! Bring ihn in den Rennen rein, Mädchen! Bring ihn rein! Ja man, 700 Meter, zieh ihn ran, halt das durch. Also das hat er mehr als verdient. Der führt ja über die Hälfte des Rennens, Köpfe. Komm Junge, 500 Meter, komm Junge, wird das dein erster Sieg. Ich geh kaputt, zieh dran, zieh dran, halt durch, halt durch, halt durch Liebe. Komm Junge, komm Junge, komm Junge, zieh dran, zieh, 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 zieh. 100 Meter, auf den letzten 100 Metern. Das fällt, kommt noch mal, das fällt, kommt noch mal. Sag es dir ein, sag es dir ein! Hat er gewonnen? Ja! 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 Ich geh kaputt, Freunde. Ich geh kaputt an diesem Spiel. Supergeil. Jawoll, zu den Champions aus. Das ist mein Champion. ASK Kaiser Stables, Junge. Top, top, top. Ich liebe dich. Ich liebe dieses Tier. Ich liebe dieses Tier. Super, ey. Super, ey. Super. Boah, Hammer. 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 Hammergeil. 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 Vielen, vielen Dank. Super, ey. Boah, war das ein starkes Rennen. Boah, war das ein starkes, starkes Rennen, ey. Leck mich am Arsch. Boah, war das ein starkes Rennen. Das stärkste Rennen, das ich bis jetzt gesehen habe hier. Super, ey. Ich geh kaputt, ey. Super. Ja, Freunde. So sehen Sieger aus. So sehen Sieger aus. Super, ey. Super geil. Ja, damit... Jawoll, da springt du mal. Ja, da hast du recht. Da springt du mal, ey. Für dieses Pferd. Pferd gekauft. OpenSea-Markt. Nach langer, langer Suche. Ich hab mich mehrere Wochen damit beschäftigt. Super, ey. Super. Freu ich mich. Da ist er. Da ist er, der Champion. Da ist er, der Champion. Jawoll, Jungs. Ha, ha, ha. Da kommt Freude auf. Da kommt aber richtig Freude auf. Da kann ich euch aber sagen. Boah, da geht man unter die Haut. Da kann man sich nicht vorstellen. Man entfaltet ja eine Bindung zu diesem... Ja, ich sag da, wie das Tier, ne? Internet der Dinger. Absolut geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Ja, Freunde. Ich bin jetzt, ja... Sagen wir so, gut zwei Monate... im Centran-Universum und Dezentraland-Universum unterwegs und, ja. Hab mich wirklich jetzt wochenlang damit intensiv beschäftigt. Mein erstes Pferd auf Schacht-Position 1. Immer bei Rainbow Bubbles. Ja, Freunde. Stute. Ja, Freunde. Danke, Freude auf. Schaut euch das Rennen an. Schaut euch das Rennen an, ey. Da ist er schon auf Platz 1. Da ist er schon auf Platz 1. Und der zieht das Rennen durch. Mein Gott. Jetzt im guten Mittelfeld. Ganz nett, ganz nett. Auch da hab ich schon gesagt, ist er gut unterwegs. Ja, 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 ja. Super Rennen, ey. Super Rennen, Leute. Super Rennen, ey. Super, ey. Guckt euch das an, ey. Super Rennen von ihm, ey. Und da ist er erst mal auf Platz 1 wieder. Also mehrmals schon jetzt, aber jetzt bleibt der Klappschwolle. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Unglaubliches Rennen, ey. Nach 700 Metern. So. Nach 700 Metern, jetzt bleibt der vorne. Und jetzt gleich startet der den Angriff. Wird der nicht mehr eingehoben. Hammer, Hammer. Hammer, unglaublich. Jetzt gleich geht der ab wie eine Rakete. Der blaue Obe. Leute, zur Verfolgung, immer wie Rainbows. Ja, Mann. Da ist er. Links oben, oben am Bildschirmrand. Platz 1, Bahn 1. Boah, starkes Rennen. Boah, starkes Rennen. Jetzt führt er ja schon eine Vorderlänge. Hammer, Hammer. Jetzt gleich geht der nochmal ab. Guck mal, guck mal, guck mal. Jetzt zündet der nochmal. Unglaublich. Unglaublich starkes Rennen. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Was für ein Rennen. Unglaublich. Super, ey. Super Rennen, ey. Wahnsinn, ich kann es nicht fassen, ey. Ich kann ihn gar nicht fassen. Da tue er natürlich schon mal knapp. Ja, da wird es nochmal knapp. Boah, da wird es nochmal knapp. War ja, Wunternschlag. Ja, also der hat ja sich. Da war ja der Trenn in so eine Fähigkeit von den Turen. Hammer, Hammer, Hammer. Guck mal, da wird es halt nochmal knapp. Boah, da wird es halt nochmal knapp. Jo, da wird es halt nochmal knapp. Guckt euch dann an. Da kommen sie rein. Boah, die gibt ja wirklich alles weg. Aber da ist doch eine halbe Färde länger. Boah. Boah, halbe Färde länger. Na ja, Top Power. Denk dich am Arsch. Ich muss jetzt nicht nur nicht sagen, wie es ist. Ist dieses Spiel geil. Da ist er. Ja, Freunde. Da ist er. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Super. Ja, super. Ja, Mama. Vielen Dank. Vielen Dank. Selb, ja. Ja, da ist er. Immer hab ich ihn rein. Bob, 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 jetzt sag danke, bis zu Schauen, Freunde. Tidio, schreien. Ja, er ist ein feines Spieler. Ja, ich fühle mich an. Er kommt. Ja, Mama noch. Er kommt. Oh, gibt es. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ja. Das ist los. Hör mir das nicht. Oh, ist es da. Ist es da. Ist es da. Ja, boi. Ja, ist es da. Amma. Amma. Ja, ich fühle mich an. Ja, ich fühle mich an. Ich fühle mich an. Ich fühle mich an.